Unser Anspruch ist ja wirklich den Unfall im Keim auch zu vermeiden. Mit der neuen Technik können wir das einfach viel genauer und viel früher. Dementsprechend gehen wir immer über das reine warnende oder informierende System wirklich ein aktives System hinein, das auch in die Bremse und in die Lenkung eingreift, dort wo es wirklich kritisch wird und der Fahrer vielleicht mal eine Millisekunde zu spät reagiert. Wir als Daimler Truck sind ja schon immer Vorreiter bei den Themen Fahrerassistenz und haben in der Vergangenheit die Funktionen, die heute gesetzlich reguliert werden, ja schon in unseren LKWs gehabt. In meinen Augen ist es dann die große Herausforderung, die Systeme wirklich in all unseren Daimler Truckmarken auf der ganzen Welt auf die Straße zu bringen und dafür brauchen wir ganz klar die Unterstützung von den Kollegen hier. Auf der Teststrecke testen wir unsere Systeme im physikalischen Grenzbereich, um so zu bewerten und maximale Sicherheit für unsere Kunden darstellen zu können. Auch Softwareanpassungen passieren hier direkt vor Ort, können direkt wieder raus auf die Strecke, können direkt wieder testen. Und jetzt mit dem neuen Programm heben wir alles nochmal auf eine neue Stufe. Wir fusionieren zwar heute schon in Serie Kamera und Radar, erweitern die Fusion aber zukünftig wirklich auf alle sechs Sensoren. Und ermöglichen damit zum ersten Mal eine komplette Rundumsicht mit 270 Grad Umgebungserkennung. Wir können zum ersten Mal neben den bekannten Fußgängern auch Radfahrer in allen Bewegungsrichtungen erkennen und kritische Unfälle speziell mit diesen Passanten auf der Straße vermeiden. Und jetzt mit dem 4, 5.. 4